14? Wie alt ist man denn mit 14? Wer von euch hat Fast & Furious geguckt? Ich habe gehört, das soll einer der schlechtesten Teile sein. Ich habe gehört, die sind mit den Autos im Weltall und das ist Quatsch mit Soße. Was ist das denn? Das ist so viel zu unrealistisch, ne? Fast & Furious viel, viel, viel zu... Man weiß ja, dass es unrealistisch ist, aber das ist übertrieben, Digga. Das ist wirklich übertrieben. Also wenn du mit Autos im Weltall bist, dann hört es auch bei mir irgendwo auf. Es fing auch schon damit an, dass sie mit Autos von dem Gebäude in das Gebäude springen und so. Das war alles viel zu... also viel, viel, viel zu unrealistisch. Gerne Millionär, dann bräuchte ich kein Autoleasing mehr. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Du bist dumm, dann hör mir mal zu. Es gibt Menschen, die spenden Montana Black ihr Geld. Das Video fängt damit an, dass er im Grunde jenen, der mir Geld spendet, als dumm getitelt. Ah, hungriger Hugo, bester Mann, Bruder. Danke dir für 100 gegiftete Subs. Hä? Wo sind meine Giftsubs, hungriger Hugo? Du benutzt auch mein Content. Hungriger Hugo, ich erwarte in den nächsten zwei Wochen eine hunderter Giftsab-Bombe. Sonst haben wir ihm hier ein Problem. Sonst lasse ich deine ganzen Videos striken, wo ich drin bin. Und es gibt schon sieben oder so. Lass ich alles striken. Langsam merkst du selber die Qualität. John mit eingegifteten Sub. Kommt jetzt gerade ein bisschen schlecht, nachdem 100 gekommen sind, Bruder. Hey, guter Call, ey. Das war nicht unlustig. Dennis, danke für den Sub. Dann ist eh die eine relevanten Podcast der Session. Und sein Hund hat mehr Geld als wir alle. Aber es gibt einen Hund auf der Welt, der noch krasser ist. Ehrenbruder, Kylo, hat heute Geld fliegt. Wie wahre Legenden sich für Ninchevayers bewerben. Wie bereitest du dich auf deine Teilnahme vor? Beschreiben mit Rot. Gar nicht. Hast du ein Motto? Es kommt, wie es kommt, aus dem Bauch wie Kacke. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Und wenn du dich normal trainiert, wenig trainiert, wir machen noch ein Kästchen dazu. Gar nicht trainiert. Nimmst du regelmäßig Medikamente ein? Das wäre aber eigentlich voll gut für Ninchevayers, wenn die ihn mitmachen lassen. Macht er doch. Der macht mit. Wie schreibt man Lacken und Intolerant? Achso, safe. Macht er safe? Status? Single. 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 Große Frage? Nee, ich sag's nicht. Hugo. Hugo! Du brauchst doch bestimmt einen Weg husten, Bonbon. Ich glaube, Hugo braucht einfach Hilfe, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob er einen Hustenbonbon reicht. Wildkirsche, das tut gut. Hey, Hugo hat gar keinen bekommen, WDF. Lass dich nicht verarschen. Hugo hat gar keinen bekommen, dein Vater hat den Scheiß wegsteckt. Ist das der Hugo von Hungriger? Hugo? Nee, ist es nicht. Gewicht in Kilogramm. Soll ich mich kurz wiegen gehen mit Kamera? Wollt ihr die Kamera mit? Ich schätze, wie groß ist er? Okay, ich guck, ich sag jetzt. Ich schätze, er ist 1,82, 1,83. Ich sage, Knossi wiegt 85 Kilo. Ja, wir wiegen uns jetzt live. Scheißegal. 105 wiegt er? Hilfe. 95 Kilo. 95 Kilo. Stimmt doch was nicht. 90 Kilo. Ich träume, ihr könnt, was Edi geiler... Ich bin relevant. Relevant in den Chats. Ja zur Relevantheit. Edi, der Eierkopf, was träume ich jeden Monat mindestens einmal? Richtig schlimm. Edi träumt immer davon, es 80 zu sein. Jetzt hast du aber herausgehauen, ne? Alexander. Ganz kurz mal, Digga. Zu dem Bild. Ich muss kurz was sagen. Ruhiger Hude von mir witzelustig, oder? Ja, total lustig, ey. Ganz kurz zum Vergleich. Ich möchte kurz was dazu sagen. John ist 2,6 Meter oder so. Sydney hier mit seinen Haaren auch. Also Sydney ist 1,88 oder so. Und er ist 2,7 oder 2,17 oder so. Ich sehe dann nur so klein aus, weil ich halt... Das ist so, als wenn du einen normal großen Menschen, vielleicht sogar über den Durchschnitt halt, neben einem Riesen, dann wirkt das klein. So. Und jetzt kurzer Sneakpeak. Vor allen Dingen, was will eigentlich der Gartenzwerg von mir? Was wird's von mir? Mach dir Witze über meine Größe. Ich wollte was sagen, ich sag's nicht. Na, wissen wir beide, was ich für eine Größe habe, oder? Hier, ganz kurz. Erstmal, was ich für eine Technik habe, ist schon wieder atemberaubend. Guck mal, wie atemberaubend. Guck mal, guck mal, wie lässig. Hast du gesehen, wie ich den Ball... Mach ein bisschen lauter, hat man nicht gut verstanden, ne? Warte, was ich euch zeigen wollte die ganze Zeit. Das ist mir vorhin aufgefallen. Hier, wenn ich Fotos mit euch mache, ich bin immer, immer, immer ungefähr so groß wie ihr. Ihr merkt das. Ich bin sogar größer. Hier, seht ihr da irgendjemanden, der... Merkt ihr das? Ich bin groß. Ich bin groß. 1,80. Ich bin ein 1,80 großer Mensch. Alexandra auseinander mit 5 gegifteten Zaps. Danke dir, Alexandra. Was sind deine Hobbys neben dem Sport? Ich streiche mal das Sport durch. Sticker zur EMWM. Nein! Diano Ronaldo in Russland eingeklebt. Angeln. Mein Gott, du verdient den Fisch gefangen hat. Modern in the world. Nozzi lernt bei jedem Spiel, lernt er dazu. Er ist noch ein Frischling und ein Anfänger an dem Füllen. Also jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Wir machen ja viel Spaß. Aber ich bin Weirdtalk 1,80. Also auf Weirdtalk-Basis. Wir sind zu schnell für ihn, in Anführungszeichen. Ich bin bei euch der Dicke, der hinterherläuft, der ab und zu auch mal mitmachen darf. Andere schreiben da rein, lesen, reiten. Halt doch deine Randblatt. Was für lesen und reiten. Lüge doch nicht. Mario Kart. Ja! Modern in the war. Ja! Modern in the war. Poker. Ja! Oh mein Gott! Telefonnummern von prominenten Freunden lecken. Feuriger, hä? Ich hab deine Nummer hier, soll ich die mal lecken? Äh, hi. I'm a single like a Pringle. Do you have a boyfriend? Yes. All of you? All of you. Ah, okay. Ja, that's okay, because I'm not interested in girls, I'm homosexual. Ich muss sagen, die ersten drei Minuten fand ich wirklich lustig. Die ersten dreieinhalb Minuten waren weird und lustig bis jetzt. Bis jetzt geht's wieder bergab. Es ist mega sicher, es geht unnormal schnell. Es ist viel günstiger und es ist nachhaltiger. Also es hat in meinen Augen keinen einzigen Nachteil. Was ist denn da Neues? So, erstmal eine runde Rasenmähen. Die hat gerade Wärmung gemacht, ich weiß nicht mal wofür. Wieder viel zu hoch die Wiese. Wollen wir rausholen in den Meer. Bruder Rasenmähen, da rennen wir ja auch an die guten alten Zeiten bei Omi und Opi, wo ich... Oh, nee, nee. Zum Katzen, Junge. Schüssel vergessen. An die guten alten Zeiten bei Omi und Opi, wo ich für den Zehner einen Rasen gemäht habe. Fälles Dank für den Prime. Der macht es echt gut. War der Tag gerettet. Zehner für Weed gehabt. Ja, und dann geht das Spiel am nächsten Morgen vor vorn wieder los. Ach so, die Kameraführung hat es da. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Sprechen, lernen mit Memo. Er sagt ganz oft Dai Dai. Dai Dai. Oha. Oha. Schmutz. Schmutz. Yala. Yala. Was sagst du noch? Isso Digi. Isso Digi. Er sagt das so oft. Isso Digi. Isso Digi. Isso Digi. Isso Digi. Isso Digi. 1,8,7. 1,8,7 sagt er jetzt auch ganz oft. Warum auch immer. 1,8,7. Ich bin dann mit 16 nach Hamburg gezogen. Wegen 1,8,7? Nein, ich bin nicht wegen 1,8,7 nach Hamburg gezogen. Ich bin zu krank nach 1,8,7. Ey, du stellst es wirklich so leid, als wäre ich deswegen hergezogen. Nein, ist aber nicht so. Lüge doch nicht. Du bist wegen 1,8,7. Ich bin so arg. Ich bin stressig. Und jetzt hat Memo noch ein neues Wort gelernt, während er auf entspannt 15.000 Euro gewonnen hat. Okay. 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 Nur noch ein Ding. Ja. Wie viel sind das? Ist das jetzt 15? Hurra. Digga, was? Er hat 15k gewonnen? Was labert ihr? Hilfe. Denn man verliert aber auch täglich 10k. Das ist... Also Freunde, meine persönliche Meinung, niemals sowas... Niemals... Ich bin... Um das mal so zu sagen, wir hatten erst ab 18. Aber so meinen Schein am Laufmachen, finde ich persönlich, auf seinen Lieblingsmannschaften oder so, es bringt ein bisschen Würze rein. Aber auch immer mit Bedacht. Aber wirklich, was Quatsch ist, meine persönliche Meinung ist so Casino, Online-Casino. Da wird man so heftig rasiert, ne? Weil es auch viel schneller geht, rasiert zu werden. Also passt da wirklich auf. Mal so ein Fünfer auf ihren Bundesliga-Spieltag ist, wenn ihr 18 seid und jeder weiß, was er mit seinem Geld macht. Kann man mal machen mit 18, weiß ich nicht. Ist ja auch irgendwo witzig. Mal. Wenn ihr alles im Rahmen habt. Aber da kann man natürlich auch krass rasiert werden. Aber das ist so wirklich dieses Online, da wirst du so heftig... Da hast du es auch nicht so richtig in eigener Hand. Du hast es... Okay, im Fußball hast du es auch nicht in deiner eigenen Hand. Aber du kannst so ein bisschen mit Verständnis kannst du da was machen. Wisst ihr, was ich meine? Elon Musk ist der zweitreiste Mann der Welt. Aber scheiß auf. Erinnert mich ein bisschen an das Bild, wo ich damals vorm PC saß. Der deutsche Elon ist viel besser. Oh, fucker. Moing. Wer hat den Kleider? Ist der das, der einfach Amazon gegründet hat? Und Twitch gekauft? Alles ist möglich in diesem Leben. In der Drachenlord-Szene streuten einige Hater das Gerücht... In der ersten Herren auch, dank für den Müll am Sie feststecken. Das ist sogar ganz locker hier. Also warum musst du dich im Stuhl festhingen? Direkt wurden erste Memes erstellt. Das ist so Quatsch, was du sagst. VGA ist einfach folienorientierter und wahrerter eher Case. Also Bruder, das halte ich für schwach sein, was du da erzählst. Max sagt auch ein bisschen was, dass ich nicht ganz so doof darstelle. Ja, also das stimmt schon, dass VGA sehr, sehr viel wert hat. Das ist nicht von ganz weit hergeholt. Toni hat mir schon locker 50% Leben gezogen. Wer hat auf Mykonos den besten Putin-Wall hingelegt? Schreibt's in die Kommentare. Ich fand die ersten Minuten gut, dann hat's ein bisschen nachgelassen. So ist euch ehrlich.